Herzlich willkommen euren Freunde! Zurück zum Among Us Update hier. Mit Lexi Leon, Simon, Aaron und mir. Ja, mir. Und endlich ist es soweit. Ich habe keine Ahnung, wieso hier Tipps stehen. Aber ich glaube, ich habe es nicht verraten. Denn ich bin Innocent. Ja. So, wo kann man sich muten? Da. Ähm. Achso, ich habe mir einen Ort ausgesucht. Oh Gott. Oh Gott, wir spielen die Map das erste Mal. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt machen kann. Hier ist auf jeden Fall Electric. Okay. Hä? Boah, man ist ein bisschen langsamer. Also kurze Info, ne? Also den Speed, den können wir in der nächste Runde ein bisschen erhöhen, würde ich sagen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So. Okay. Ach man, ich bin auch noch der Typik. Ich habe echt Angst, ne? Ich sehe hier gar nichts. Komm, schauen wir mal einfach mal. Oh, komm. Oh, die Küche. Alter Schwede, ey. Ich habe ein Laufgefühl nicht. Da habe ich mir alles. Ja, die Aufnahmen liebe ich. Fünf. Ach. 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 Ich bin so cool! Hahaha! Hahaha! Nein! WTF? Das ist mega funny! Mega funny! So, ok. Das ist schon mega lustig. So. Ist das auch ein Weg? Oh, ne Schatzkiste. Oh, hallo Aaron! Hallo, Scylla! So. Puh! Oh, jetzt muss ich ja hinten wieder hinlaufen. Oh, super. Na, super! Zack, zack, zack! Oh, cool! Also die Aufkommen sind irgendwie geil! Cooles Geräusch was da... Was? Zwei schon weg? Aua! Ähm... Also ich hab Leon ein bisschen getreut da auf diesen Flugding. Ich hab nur Leon bis jetzt gesehen. Ich war die ganze Zeit da oben rechts. Und wo war die Leiche? Das ist ne gute Frage. Leon sagt halt. Ich weiß es nicht. Ach so! Ja. Hat denn überhaupt jemanden gesehen? Ich hab Leon gesehen. Ich hab nur mal Leon gesehen. Ich hab alle immer mal gesehen. Ich hab Lexi nie gesehen. Aber ich hab niemanden gesehen. Was habt ihr denn bisher für das gemacht? Kann ich anfangen? Jo, mach mal. Ich musste da oben am Tisch sind so Mappen, so ordnermäßig. Muss ich eine nehmen, rauflaufen, einsortieren, wieder zum Tisch. Und das ungefähr vier oder fünf Mal. Und dann hab ich Handtücher eingesammelt und muss in so einen Korb werfen. Aha, und Moritz, was hast du immer? Ich musste einen Papierflieger bauen. Und den dann auf einen Tisch legen. Und du Leon? Ich hab einmal den Müll entleert. Da musste man so einen Mülleimer, so einen Müllbeutel aus dem Mülleimer ziehen. Dann habe ich... Was hab ich noch gemacht? Die alte Aufgabe, wo man den Schalter so nach oben fährt. Dann habe ich... Was hab ich noch gemacht? Doch, Leon hatte keine neue Aufgabe. Doch, du hast mir den Müll. Weiß nicht, das finde ich suspekt. Also der Papierflieger hat sich für mich irgendwie komisch angehört. Hä? Den gibt's wirklich? Ja, ja. Ich kann den sogar den Raum beschreiben. Ach, der Alexi, du bist wieder feucht geworden, ey. Du bist so schlecht in diesem Spiel, ne? Das Ding ist so... Oh, Mann. Okay. Ich dachte mir nur so... Oh Gott, ein Glück erzählt jetzt Lexi erstmal was. Und ich kann kurz... Ja, das ist so schlecht in diesem Spiel. Das Ding ist so, du kommst in der Map nicht so weit, dass du hier immer siehst. Weil überall Aufgaben waren bei mir. So viele. Und bei mir braucht jede Aufgabe so lange. Lexi ist so schlecht. der Lärm des Spiels etwas höher machen, oder? 1,25, 1,25. Und K-Kul-Gas, glaub ich, auch mal höher machen, oder? Was? K-Kul-Gas und höher machen? Weiß ich nicht, ich hab halt... Ja, doch, würd ich schon ein bisschen höher machen. Es waren schon 25 Sekunden? Ne, 22,5. Ja, aber gefühlt halt. Okay. Und Speed bitte nur auf 1, oder? Oder 1,2, oder? Oder 1,2, oder? ja 1,25 ok noch irgendwas? ja kill cooldown höher oder aufgaben weniger ich hab 5 Sekunden hoch gemacht ja 25 ist sogar nix ja noch mal kurz aufgaben weg ich dachte ich hätte mich am anfang verabert ja ne so viele jetzt auch nicht zwei mehr weil da so drei orte standen und ich dachte mir nur so scheiße ich hoffe die anderen die sehen auch die orte ich musste irgendwelche schalter umlegen und ich hab mich gar nicht gecheckt wie das ging am anfang ja ich musste irgendwie den duschkopf gerade hämmern ja ich war da wieder ein das war auch super gar nicht gecheckt was das war diese map ist mir viel zu unübersichtlich also bin ich denn jetzt schon wieder ich bin ich schon wieder ich hab hier meine pausenvideos was ist denn das denn? so ich glaube da wo ich gerade bin ist gerade ein Badezimmer und da lag Lexi ich glaube du meinst die Küche oder? hm wir waren Fliesen auf dem Boden ich kann Badesmahl oder Küche sein so gibt's beides ah Kitchen steht da unten ja Kitchen bin ich oh nein da ist das wo du bist boah da ist aber Flügel gestorben ne? ich glaube Insta weil wir ja alle ja eigentlich woanders spawnen also ich weiß da ich mit ich glaube das war Aaron gespawnt bin also ich hab Leon einmal durch die Kamera ausgesehen als er im Archiv war also ich bin allein gespawnt ich auch ja ich denke wir alle sind allein gespawnt oder? Simon meinte er wäre mit mir gespawnt wer meinte das? ich mein ich war meistens sicher dass ich mit Aaron zusammen gespawnt bin und äh Aaron ist gleich glaube ich nach links gegangen und ich bin nach rechts ich bin gerade in der Elektrikke hm so na komm ich skippe es kann sein dass ich los bin was Simon? oha wieso geht der denn auf Simon? er votet mich ich wollte es ihn aber auch nicht das sieht so geil aus die Zeitlupe woher war es Lexi? ah ne hä? hä? du kannst mal wieder aussuchen wo ich hin will wait achso ich muss mich mir üben hallo hallo so ach ach ne oh cool man kann aber die Toiletten aufmachen zu auch zu machen das hört nicht 0 5 0 8 0 0 0 9 0 Hä? 0 5 9 Hä? Der Code geht nicht. Ich bin zu blöd dafür. Irgendwie seid nicht aktiv. Verstehe ich nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, Leon. Ne? Ich verstehe es nicht. Und wie komme ich denn? Hä? Hä? Du musst dir lang weg gehen. Oh, Mann. Aber bis ich da bin, ist es doch eh vor. Na gut. WTF? Du bist beimix von uns, Simon? Ja. Moritz bringt mich einfach direkt erst um. Ich habe dich gar nicht gesehen. Das ist nicht. Aber das Ding ist, sobald du auf den Raum drückst, wirst du ja gespawnt. Und nicht erst, bis alle gedrückt haben. So, ich dachte, es ist mal, wenn andere gedrückt haben. Die Map ist kacke. Na, komm noch einmal, Leon. Also, ich habe noch nicht alles von der Map gesehen. Leon, ich möchte gar nicht von der Map sehen. So kacke. Du kommst nirgends irgendwie irgendwo hin. Du musst erst mal ein Kilometer weit laufen. Du hast auch. So bin ich jetzt schon wieder... Ist der Hauptblur, okay? Ach, bei der Toilette, da kann man alle einzelnen Türen öffnen. Ja, das ist cool. Supercool. Cool. Kannst du runter? Ja. So, okay. Das Letzte. Ich will sie jetzt nicht wieder töten. Ja. Nicht so nett, oder? Ich möchte mir eigentlich die Map mal anschauen. Tatsächlich. Aha. Oh, hier ist ein Schaden. Cool. Äh, auch noch kein... Acht, zwei, sechs, sieben. Acht, zwei, sieben, sieben, neun. Rechte Seite haltet. Äh, äh... Oh Gott! Oh nein Leute! Leute, ich kann die Karte an dir einfüllen. Ich bin zu blöd für sowas. Mach mal, ich will auch zurück. Hilfe Leute! Was ist denn lang? Es geht nicht! Oh Gott! Endlich, ey! Endlich! So, Alex ist da. Okay, ich hab bisschen Angst, wie weit die alle sind. Wo bin ich hier denn gelandet? Aber wo sind die alle? Ich weiß es nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie sind das hier? Äh, im Endroom unter diesem großen Raum unter dem Vault. Ähm, können wir sagen... Links, rechts, oben, unten, Mitte? Es müsste links sein. Mitte, links. Ich bin oben rechts bei den Toiletten und ich muss grad irgendwas rauspömpeln. Aber ich hab's nicht geschafft. Das ist ja cool. Ja, bei der zweiten Toilette von links. Aber das hätt ich gern gesehen. Äh, ich hab niemanden gesehen, der da in der Nähe noch war. Gibt's hier, ähm... Gibt's hier, ähm... Ich war nur da, hab, äh... Und auch Conny halt, äh... Gesehen, wie er die Task gemacht hat. Und als ich dann mit meiner Task fertig war, äh, hab ich dann gesehen, wie er am Boden lag. Lexi, diese eine Tür da zu öffnen, ne? Das ist doch wieder der Albtraum, oder? Ich hab's ja nicht geschafft, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's doch irgendwann geschafft. Das Schlimmste ist, da stand bei mir die ganze Zeit nicht, dass ich's zu schnell, zu langsam gemacht hab, sondern einfach nur Bad Read, dass ich weiß nicht mal, was ich falsch gemacht hab. Das war größte Schwachsinn wieder. Ja. Skippen wir, oder hat jemand den Petter? Nö, also ich war bei Lexi am Ende nochmal, aber ich weiß nicht. Ich hab nur noch gesehen, wie Simon nach links geflogen ist, mit diesen kleinen Teilchen. Da hab ich mir dann Dank gefühlt, kam ich dann nicht rüber. Irgendwann ich in die andere Richtung gelaufen. Und ich geh jetzt rumpömpeln. Man, ich will auch die Quest haben, mit dem Pomp-pömpeln. Ich hätte am liebsten dann hinter dir die Tür zugemacht. Kann man die Tür mehr zumachen beim Club? Ja, mit Leertaste. Ich dachte nur auf. Achso, das weiß ich nicht. Keine rausgeschwungene. In die Küche? Hier ist niemand. Schade. Irgendwo. Hier ist das Cockpit. Oh, hallo. Ach, du gehörst. Kasse? Sehr gut. Tschüss. Da hast du alles geschlossen. Da ist alles drin. Ok, Hexis entkommen, natürlich schön. So, wir machen die Elektronik mal kurz. Oh, Gott, ey, bu B is hier, bu B is hier, bu B is hier. Oh, Gott, ey, ich hab ja für den Exil da nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wo ich hingehe. Wie oft wirst du bitte schon ein Dings da? Ja, das war ich auch nicht. Aber ich dachte am Anfang, ne, da war direkt Lexi wieder bei mir. Ne, komm, ich lass sie am Leben. Ja, ja, so, keine Ahnung. Dachst du so, Moritz ist es, sonst hätte er mich direkt umgebracht. Die Chance war perfekt, so direkt wie am Anfang. Ja, ich wollte dir nicht noch ne Runde versauen. Ich hab gar nicht, ich hatte diese, diese, diesen Tresor. Ich hab gar nicht verstanden, wie man ihn aufmacht. Ich hab erstmal ne Minute lang geredet. In die Luft halten und ein gutes Signal bekommen. Das war wild. Also irgendwo da lag auch Lexi. Ich hatte so Angst, dass du dir jetzt... Jaaaa! Okay. Die war zwei Räume, glaub ich, nur weiter von dir, bei dem Tresor. Die Mac ist so komplex. Ja. Dieser eine Raum, wo, ich glaub, das heißt Ventilation.